30 Jahre lang ist nichts gelaufen auf dem Gaswerkareal und jetzt können wir dort ein Schulhaus bauen. Ich bin froh, dass sehr rasch das gebaut werden kann, weil es sind Modulbauten und schon im Herbst 25 können die Kinder dort in die Schule gehen. Das wird ein sehr schönes Schulhaus sein, im grünen, direkt an der Aare hinten am Gaskessel. Das werden glückliche Kinder sein, die dort in die Schule gehen dürfen. Danke für die Abstimmung.